Und durch. Oh. Turn to a crystal wizard fighting ghast. Alles klar? Willst du mir irgendwas verraten, was da passiert ist? Nö. Sie fragen, wie kommen es an die Sachen ran, ne? Gerade gar nicht. Wo sind die Sachen denn? Ohne Buch. Flieg doch hin. Hä? Flieg doch hin. Was soll ich? Flieg doch hin. Kann mir ja auch. Kannst mein Buch haben. Naja, das geht doch gar nicht. Geht das doch gar nicht. Hm. Weißt du auch nicht so ungefähr, wo du warst? Nein. Das ist natürlich kacka. Das ist natürlich jetzt AA. Aber super AA. Nicht nur ganz wenig AA, sondern super AA. Ja. Und nun? Und nun? Was willst du denn nun machen? Ja, du kannst nicht mein Buch haben, um rein zu gucken. Nö, eigentlich nicht. Willst du es mal ausprobieren? Probieren kann man es. Hm? Probieren kann man es. Ich bin grad... Boah, das leckt hier bei uns in der Hütte, ne? Nö. Nein. Nö, geht. Fertig das in der Hölle flüssiger. Bist du? Bist du denn? Da. Hallo. Na, ich mach grad Hayats. Toll. Schau mal. Kannst du da reingucken? Ich muss jetzt mal in die Hölle rennen und in der Hütte zu sehen. Na guck da mal, wo du warst. Geht doch damit los. Ich brauche sowieso grad nicht. Aha. Nö, für was denn? Ich bin da sowieso momentan hier noch. Aha. In der Nähe. Ein bisschen was fertig zu machen. Jetzt hier noch. Glutschüss. Hab ich denn meinen Hammer? Gold. Hab ich denn diesen Dreckshammer hingepackt von mir. Auch nicht. Da ist mein Dreckshammer. Knopf. Zeig den nicht an. Hm, komisch. Ja, jetzt halt die Frage, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das ist ja. Kannst du auch schlecht jetzt in ein Buch nachgucken, weil du auch keine Koordinaten hast, ne? Das ist halt nur richtig kacka. Wegen der Richtung. Hättest du wenigstens so eine grobe Richtung, da wäre es ja kein Problem. Ja, ein Buch zeigt ja auch so die Koordinaten. Ne. Aber du hättest vielleicht eine grobe Richtung. Von den Portalen aus. Ja. Grobe Richtung habe ich auch. Ja, kannst also ungefähr die grobe Richtung gering gehen. Nimmst genug Essen mit? Nein. Warum nicht? Weil du nimmst zumindest Essen mit, damit du hinkommst. Weil nach Essen bringen oder beziehungsweise Essen geben ist ja nicht das Problem. Das kann ich ja. Das wird manchmal nicht einfach. Probier mal was anderes. Jetzt kommt's. Oh, kaputt. Kaputt ist nicht gut. Warten wir irgendwo noch ein Buch? Wenn du musst, dann's machen. Machen wir irgendwo Leder? Wenn du und vorne irgendwo eine Kiste. Genau kann ich dir nicht sagen. Weißt du bist jetzt wieder auf dem Rückweg, ne? Oder bist du schon wieder zu Hause? Ja, du hast dein Buch in der Kiste getan. Alles klar. Bei dem Bett. Mhm. Find ich so schnell wieder. So, bin auf der linken Decke. Zuck. Falsche. Back. Der wie bei blau. Was denn? Ah, ich mach hier grad ein bisschen so den Weg rein. Für den Tunnel. Ähm. Dann soll er eventuell zum Villagerdorf gehen. Okay. Dann werden wir hier oben ja auch noch was. Ich soll hier runterrennen. Was war's denn? Eisen und Redstone. Redstone. Redstone haben wir oben. Ja, Eisen auch. Eisen haben wir auch oben. Ja, sei doch, Aschloch. Na, sagt man doch nicht. Zu guten Menschen wie mir. Ich bin doch voll der nette Mensch. Nein. Kla... Nicht, aber... Aber wieso nicht? Hm. Ich bin voll der gute Mensch. Hm. Zack. Äh, weißer Back. Was bräuchte denn davon nicht? wieso nicht ich frage mich wieso nicht ich habe ich noch man soll halt irgendwie ja es gibt ja diese import export aber dann stürzt du glaube ich ab da stürzt es halt immer ab jetzt ist die frage welche grobe richtung bist du denn gegangen also aber mit f3 viel viel gegangen bist du viel gegangen ich hab noch ein bisschen es mit so steht da meine kiste da ist er noch drunter ja recht das hast du mir jetzt ganz egal aber ich brauche zu lange um zurück zu kommen aber das ist schnell macht oder in die richtung dachte ja ganz ruhig machen würde da hinterher so es dauert das hölle wenn man dann will gelangt dann verkraften guck da ruhig nach und suchs ist ja nicht das problem ist ja nicht so dass du irgendwas damit machst sondern einfach nur da ein zeug deswegen speichert hast du kein safe gemacht ja aber denkst du ich habe jetzt mal ein safe gemacht ja ok natürlich dann um halt dann mal zu aufnahmen ein safe ne bis dann weg ist es weg ist ja nicht schlimm ja ich habe irgendwann keine ahnung wann das habe ich nicht gemacht du musst dich halt immer dran erinnern was habe ich sonst wann gemacht im safe hier war ein enderman zurückblock mit dir warum macht er nichts mehr auf der hat kein brennmaterial mehr egal natürlich kacke und dafür war das andere buch jetzt gelöscht ich brauche das halt gerade um ein bisschen zu gucken hauptsache 64 stück ja ich habe heute noch aufgedrückt ist klar das sagen sie alle ja das sagen sie alle haben weiter mein pop es tut weh ich hoffe ob ich das denn mal notiert wird was ich brauche bestimmt irgendwo hier ist auf jeden fall das was ich brauche das brauche ich nicht mehr wenn ich auch immer noch was ich habe eine zettelwirtschaft aber leider siehst du auf die lichtseite jetzt hat die bestätigen radios ja das war nur mal dann muss ich halt habe ich das buch mit ich glaube das habe ich auch nicht mit ne da ist der block brauchen power switch diese dieselgenerator fangen wir damit an eigentlich ja wo bin ich weit gelaufen und das kann ich jetzt noch mal aufschreiben kugel ich habe bis jetzt nicht mal kugelschreib in mir hier das ist aber arzt das ist geil und kriegst langsam siehst du koweit 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 ja das ist natürlich jetzt die kacka neunmal waitier Torblock ach das gewonnen ich muss meinem Minister당히ары lösen nachher�� Plattform und Bembaue ich weiß dahin wo es dann ist das ding und dann kannst du es so rausnehmen heavy-engineering block warum pistons electrum went turned on wieso ich würde das nicht in der hölle machen geht auch gar nicht silber und gold wenn du dein inventar gerade löschen willst und du den Müll aber nicht aktiv kriegst auch geil also wahrscheinlich kriegen die im game ja